Yo Freunde, was geht? Darkies back und heute habe ich hier ein kleines Video für euch am Start. Ich werde euch heute mal meine Apex-Einstellungen zeigen. Ja, was wir dafür jetzt machen müssen, wir gehen jetzt erstmal auf meinen Desktop, weil da habe ich auch noch so ein paar Sachen eingestellt und dann schauen wir uns mal die Sachen an, die ich hier ingame habe. Und ja, wir sehen uns jetzt auf dem Desktop. So, jetzt sind wir auf meinem Desktop und ich habe nicht vieles eingestellt, sondern eigentlich nur eine Sache. Wir machen einen Rechtsklick auf den Desktop. Funktioniert jetzt nur mit einer Nvidia-Grafikkarte, wie es bei einer AMD-Grafikkarte ist, ob das da möglich ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann könnt ihr Rechtsklick auf euren Desktop machen und dann die Nvidia-Systemsteuerung aktivieren. Die machen wir jetzt mal an. Und dann ploppt ihr das Fenster auf. Das kennen wir ja schon von meinem Tutorial, wo ich euch gezeigt habe, wie man Stretched einstellt. Und dann könnt ihr hier auf den Reiter 3D-Einstellungen verwalten drücken. Da drückt ihr drauf und dann habt ihr Global-Einstellungen. Hier habe ich tatsächlich gar nichts geändert, also das ist ganz Standard bei mir. Was ich aber geändert habe, ist in den Programmeinstellungen. Das ist genau das Gleiche eigentlich, nur mit dem Unterschied, dass ihr euch ein Programm raussuchen könnt, was ihr nochmal extra einstellt. Und ich habe hier Apex Legends rausgesucht und habe Apex Legends... Alter, mein... Ich habe Apex Legends separat eingestellt. Und das sind jetzt die Einstellungen. Ich gehe jetzt mal ganz langsam runter und das könnt ihr dann 1 zu 1 bei euch kopieren. Die Einstellungen habe ich vom Palu. Grüße gehen raus an dich. Ich gehe jetzt auch nochmal nach oben. Weil es so lustig ist, grüße ich nochmal Palu. Ja, mehr habe ich actually nichts gemacht. Ja, ich habe jetzt ansonsten noch 120 FOV. Das jetzt zu erklären, das würde jetzt glaube ich in den Rahmen springen. Wenn ihr mal dazu ein Tutorial haben wollt, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Kann ich gerne mal machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in Apex rein. So, da sind wir auch schon wieder. Wir gehen jetzt mal in den Einstellungen rein und gehen erstmal zum Reiter Gameplay. Also ich habe hier so viele Sachen umgestellt. Bitte, also so komme ich am besten klar. So spielen auch viele Leute. Kopiert euch das einfach so rein. Ich habe hier kompakt, aus, X mit Schild-Symbol, kumulativ, Standard, ein, aus, aus, ein, aus, halten. 3D, aus, ein, aus, deaktiviert, aktiviert, ein, aktiviert, alle anpassenden Standards. Das sind jetzt halt Laser- und Fahnenkreuz. Da müsst ihr halt selber gucken, was ihr am besten mögt. Farmbilden-Modus habe ich auf Aus. Untertitel, das ist ganz wichtig. Habt es auch bitte auf Aus. Weil Untertitel in Apex, das geht gar nicht. Und dann Untertitel, größer auf Normal. Aber das ist ja eh egal, wenn ihr Untertitel auf Aus habt. Dann gehen wir zu den Tastatureinstellungen. Oder Maus- und Tastatureinstellungen. Hier ist es auch nochmal so. Ich habe hier eine Maus-Empfindlichkeit 1,6 und meine Maus-DPI hat 1100. Da bitte auch schaut selber, mit welcher Maus-Empfindlichkeit ihr spielen könnt. Wenn ihr die jetzt kopiert, also wenn ihr jetzt 1,6 macht und DPI 1100, das könnte für viele extrem schnell sein. Ich bin High-Sense-Player. Also meine Sense ist extrem hoch. Ist nicht für viele was, also orientiert euch nicht daran, wie andere Leute ihre Maus-Sense haben. Das bringt euch gar nichts. Sucht euch eure eigene Maus-Sense, euren eigenen DPI-Wert, mit dem ihr am besten klarkommt. Und dann ist die Sache auch gegessen. Genau. Dann habe ich hier wieder alles auf Aus. Mausbeschleunigung, Mausinvertieren, Beleuchtungseffekt. Habe ich alles auf Aus. Braucht kein Schwein. Dann habe ich folgendes. Ich habe Vorwärtsbewegen, natürlich auf W, ganz standardmäßig. Und auf Mausrad nach vorne. Das hat folgenden Zweck. Tapstraven, movement-technisch, ganz wichtig. Mausrad nach vorne. Also ist wirklich sehr wichtig. Wenn ihr movement-technisch besser sein wollt in der Apex, empfehle ich euch, das Vorwärtslaufen nochmal mit dem Mausrad nach vorne. Das ist ganz wichtig. Dann habe ich auch beim Springen nochmal eigentlich Space, was auch Standard ist. Aber dann nochmal Springen auf Mausrad nach unten. Auch zwecks Movement extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass ihr die beiden Sachen auf dem Mausrad habt. Legt eure Waffendinge, also wenn ihr eure Waffen durchswitchen wollt, einfach auf 1 und 2, so wie es auch im Standardfall ist. Ihr gewöhnt euch einfach dran, eure Waffen mit 1 und 2 durchzuwechseln. Ansonsten habe ich nicht vieles geändert. Dann habe ich Ult nochmal separat auf meiner linken Mausseite. Ja, habe ich einfach so drinne. Waffe wegstecken habe ich auch auf meiner linken Mausseite, auf dem Knopf. Ich habe ja zwei Knöpfe. Dann habe ich nochmal Schildbatterie auf 8, Standardgemäß. Und dann nochmal auf X, weil 8 ein bisschen weit von meinen Fingern entfernt ist. Deswegen habe ich auf X nochmal gemacht. Kann sehr praktisch in Fight sein. Wenn ihr ganz schnell eine Bat machen wollt, euch reinziehen wollt, einfach auf X drücken, dann könnt ihr direkt die Bat rausziehen. Ja, und ansonsten habe ich gar nichts mehr eingestellt. Ich habe Pingen. Allgemein das ganze Ping-Zeug habe ich auf dem Mausrad, also drücken, gemacht. Und ja, an die lieben Controller-Spieler, ja. Viele wissen es gar nicht, aber ich habe Apex tatsächlich mit dem Controller angefangen. Ich habe, also eigentlich bin ich ein Controller-Spieler. Ich habe durch Apex halt, durch Apex bin ich dann auf Maus und Tastatur geswitcht. Seitdem zocke ich auch nur noch Maus und Tastatur. Aber auch bei den Controller-Settings ist es so, bitte sucht euch eine eigene Sense raus, mit der ihr am besten spielen könnt. Ich habe vieles ausprobiert und am Ende des Tages bin ich auf 5.5 geblieben. 5.5 ist für mich so die beste Einstellung, was beim Controller betrifft. Die restlichen Einstellungen könnt ihr auch hier nochmal kopieren. Ich habe Standards. Das hier umschalten, halten, ein. Also klassisch, klein. Ja, vielleicht Todeszone umsehen auf klein oder am besten auf gar, auf keine. Ist problematisch, wenn ihr einen Stick Rift habt. Dann würde ich auf klein lassen. Ja, alles auf klein und aus. Das passt dann schon. Kommen wir jetzt noch zu einer interessanten Einstellung bei mir. Und zwar Video. Ihr kennt das ja jetzt von meinem Tutorial. Ich spiele ja nicht 16 zu 9. Ich spiele 16 zu 10. Also ich spiele Stretched mit der Auflösung 1728 mal 1080. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, weil das ist so ein Apex nicht vorinstalliert, das müsst ihr separat am Desktop machen. Dann guckt euch mein Tutorial an. Ich verlinke das nochmal in der Videobeschreibung. Da zeige ich euch, wie das geht und dann könnt ihr das nachmachen. Helligkeit habe ich auf 50. Ich spiele eigentlich im Prinzip 70 bis 80 über meinen Bildschirm. Ich kann über meinen Bildschirm nochmal die Helligkeit einstellen. Ich habe auch auf meinem Bildschirm nochmal so eine Art Color Grading draufgepackt. Nur für mich so in den Aufnahmen braucht man das ja nicht. Ja, wenn euer Bildschirm das kann, könnt ihr das machen. Ansonsten, ich habe es halt jetzt ingame auf 50. Ich habe das nie irgendwie hoch oder runter gemacht. Sichtfeld steht jetzt hier 110. Ich habe es aber auf 120. Wenn ich dazu mal ein Tutorial machen will, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann ich gerne machen, wie ihr statt 110 120 reinbekommt. Dann habe ich deaktiviert und minimal. Und bei den Grafikeinstellungen habe ich alles auf deaktiviert bis auf Texture Streaming Budget. Das ist auch nicht so ganz korrekt, weil eigentlich habe ich es auf drei. Genau so, mittel habe ich es. Und dann, ganz wichtig, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das ist jetzt wirklich ein kleiner Geheimtipp von mir. Hier Reflex auf aktiviert plus Boost. Wenn eure Grafikkarte das kann, macht aktiviert plus Boost. Ich sehe Leute, die haben es nur auf aktiviert. Macht keinen Sinn. Macht es auf aktiviert plus Boost. Es hat Folgendes ist sogar, wenn ihr es auf aktiviert und Boost habt, kriegt dadurch einen besseren FPS Boost, wenn man das mal so sagen kann. Ihr kriegt dadurch nochmal so ein bisschen mehr FPS raus. Wirklich so, an die Leute, die es leugnen. Ähm, leugnet es gerne. Nein, ist aber wirklich so. Und der Sinn dahinter ist, ist die Systemlatenz, wie es halt hier oben schon dran steht. Also die Latenz, beziehungsweise der Input-Lag, wird verringert. Das heißt, ihr habt, wenn eure Maus bewegt, dann bewegt ihr euch in der gleichen Sekunde, beziehungsweise in der gleichen Millisekunde, wie ihr euch jetzt gerade mit der Maus bewegt. Ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für so ein Movement-Shooter-Game, wie Apex. Da braucht man das wirklich. Und ansonsten ist halt alles auf Low, genau. Audio habe ich es auf 50%. Sound-Lautstärke, 93. Kann man auch auf 100 machen. Diagonol, äh, Diagonal, Diago-Lautstärke. Dialog-Lautstärke. Dialog-Lautstärke. Also diese Lautstärke, wo die Jams dann, also die Legends anfangen zu reden und sonst habe ich auf 8, dass ich ein bisschen was hören kann. Musik ganz auf 0. Wirklich, auch das nochmal ein Geheimtipp. Geheimtipp. Also ich habe es heute mit meinem Sprachfehler. Ein Geheimtipp von mir. Bitte, 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 bitte. Macht die Musik auf 0. Die Musik lenkt sowas von ab. Ihr glaubt es nicht, ihr spielt jedes Mal mit Musik, aber die lenkt so ab. Macht die Musik aus, geht in eine Runde rein, ihr spielt besser. Das Gleiche bei der Dialog-Lautstärke. Hatte ich auch früher irgendwie hier so auf 50 gehabt oder so. Mittlerweile nur noch auf 8. Ich habe auch sehr lange auch auf 0 gespielt, weil eigentlich brauche ich ja die nicht. Aber ich habe die einfach an, damit ich halt irgendwie den Blatthauen drehen höre. Aber bitte so niedrig wie möglich, weil das kann euch ablenken und das kann das Spiel auch richtig manipulieren, weil Steps, Apex ist eh schon so ein Game, wo ihr die Steps kaum hört. Durch Musik und durch Dialog, Dialog, ähm, Dialoge von den Legends macht das Ganze kaputt. Viele glauben nicht dran, viele sagen, ja, kein Problem, ja, ja, aber ihr stirbt halt die ganze Zeit, weil ihr von hinten geholt werdet. Mehr gibt es nicht zum Einstellen. So, das sind meine, das sind, das sind meine, mit denen Einstellen komme ich am besten zur Rande. Und, ja, genau. Der Bloodhound verabschiedet sich wieder mit einem Feuer und sagt, Tschüssi, folgt mir auf Twitch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Tschüssi,